Kapitel 1 König Arthas In der Hauptstadt Lordaeron besprechen Archimonds Schreckenslords in der Nähe der zerstörten Palastgärten die Pläne, die sie sich für die Geißel... Warum? Warum? Hab so gedacht, ah jetzt vorbei, jetzt brauchen wir mich nicht mehr konzentrieren. Seit Monaten haben wir nichts mehr von Lord Archimond gehört. Ich habe es satt, diese verwesenden Untoten zu hüten. Was machen wir noch hier? Wir haben die Aufsicht über dieses Land Desserog. Es ist unsere Pflicht hier auszuharren, bis die Geißel einsatzbereit ist. Stimmt, aber inzwischen hätten wir irgendwelche Befehle bekommen sollen. Die Legion wurde schon vor Monaten besiegt. Das müssen sie doch wissen. Schwer zu sagen. Aber je länger sie das Kommando haben, desto mehr wirtschaften sie die Geißel herunter. Was? Wer könnte denn wohl... Oh mein Gott. Seid gegrüßt, Schreckenslords. Ich möchte euch danken, dass ihr in meiner Abwesenheit mein Königreich behütet habt. Aber ich bedarf eurer Dienste nicht länger. Prinz Arthas. Dieses Land gehört uns. Die Geißel gehört der Legion. Jetzt nicht mehr, Dämon. Eure Meister wurden besiegt. Die Legion ist am Ende. Euer Tod wird den Kreis schließen. Niemals. Es ist noch nicht vorbei, Mensch. Immer solche Feiglinge. Wir wussten, ihr würdet zurückkehren, Prinz Arthas. Ich bin zurückgekehrt, Lich. Doch ihr werdet mich mit König ansprechen. Immerhin ist dies mein Land. Nun müssen wir das Land sichern, indem wir die letzten Menschen ausrotten. Aber mein König. Die Menschen verlassen bereit ihre Dörfer. Sie fliehen zu den Gebirgspässen. Wenn sie die Berge entkommen, ist es unmöglich, sie alle zur Strecke zu bringen. Dann müssen wir sie abschlachten, bevor sie entkommen. Ihr Tod wird ein angemessener Tribut für Ner'Zul sein. Ich will das nicht. Keine Menschen töten. Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play von Warcraft 3. Frozen Throne. Wir sind Regen Tower Games. Ich bin dich, Johannes Brot. Und das hier ist Gones, der kleine Makara. Hä? Na, sag einmal. Na, sag einmal. Einmal. Ja, damit beginnt die Untoten-Kampagne. Die letzte Kampagne von Frozen Throne. Ja, das Gute hat auch ein Ende, ne? Der gute alte Arthas ist wieder da. Ja, gut, aber irgendwie nicht. Ja, ich muss die Zufluchtstätte zerstören. Es dürfen nur 20 Flüchtlinge entkommen. Mhm. Dann muss ich schnell machen, oder was? Rasch. Okay. Aber wenigstens ist es kein Aufbaulevel. Äh, doch. Ne, was sehe ich denn da? Die Verbündeten. Ne, doch. Nein, ey, wollt ihr mich verarschen? Ich sag auch noch, wenigstens ist kein Aufbaulevel. Ach, du hast ja auch noch alles voll. Kelthusas und Sylvanas. Ah. Das ist eigentlich nicht deine Stadt, aber da musst du bestimmt irgendwie verteidigen oder so. Kann das sein? Hä? Ne, das hier ist deine Stadt. Hier dürfen sie nicht hin, oder? Baum, 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 Baum. Ja, ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Jetzt sind welche durchgekommen. Jetzt hab ich ein paar Mal wieder. Ich muss nochmal neu anfangen, bitte. Die Menschen dürfen nicht entkommen. Ich würde wirklich neu starten, wenn das schon so losgeht. Ey, ich verstehe das nicht. Oha, komm. Ja. Wenn einer reinkommt, dann starte ich mal. Meier, scheiße. Ich hab das einfach alles gar nicht verstanden. Ja, ich hab das auch nicht verstanden. Ich glaube, an diesen drei Punkten dürfen die nicht hinkommen, richtig? Pichtig? Nicht dicht? Ja, aber... Muss ich jetzt da hinlaufen und die Sachen kaputt machen? Weiß ich nicht. Ja, ich glaub schon. Das ist ja voll schwer. Da werden schon automatisch welche... Man kann aber keine Türme oder sowas bauen, was das vielleicht vereinfachen würde. Ne, man hat gar keine... Akolyten, ne? Richtig. Also hier gehe ich jetzt einfach... Hä? Wann, Johannes, wo du dich verstehst? Da ist ja auch ein Punkt, ne? Hä? Ja, überall. Ich muss mit allen verteidigen, mit allen... Nee, ich mein, da musst du auch verteidigen. Ja, natürlich. Ich muss mit allen alles machen. Dann würde ich mit einem anfangen, der Rest verteidigt und dann... weißt du? Ja, aber dann stelle ich mich... Ich stelle sie nicht vor den Punkt. Ich stelle sie nicht vor den Punkt. Nehm das! Eine schicksalhafte Wahl. Cool, der ist ja sogar schon Stufe 10. Ja, muss, ne? Die können jetzt schon Tod und Verfall und sowas. Dunkles Ritual. Opfert eine angewählte Befreundete Untoten Einheit. Ja, cool. Aber dafür hast du wieder 100%. Anstatt wegzurennen. Was hat denn das jetzt hier gebracht? Weiß ich nicht. War das nicht gerade so ein gelber Punkt? Mhm. Da kommen, glaube ich, gerade wieder welche. Ja, unversichtlich. Ja, ne, da stehen einfach nur welche. Ich verstehe das nicht. Ich auch nicht. Ich verstehe auch nicht, warum du mit denen anfängst. Ist doch egal, mit welchen die anfangen. Macht doch gar keinen Unterschied. Arthas ist aber cooler. Ja, im Arthas, weil der gerade schon voll dezimiert wurde, weil ich so dumm war. Und einfach darum gelangt bin. Und wo der seine Streit macht, dezimiert. Ich habe gerade zweimal das Wort dezimiert benutzt. Bin sehr stolz darauf. Dezimalteilen? Ah. Das wird dir wenigstens gesagt. Sie ist auch voll geil. Dieser dunkle Schein ist mega geil. Johannesburg, du kannst dir vielleicht mal erklären, wer das ist. Das ist die Sylvanas. Die kennen wir schon. Die war in Warcraft 3 Reign of Chaos. War die noch ein Mensch? Wurde dann von Arthas so komisch verflucht und böse gemacht. Ja, da war das so eine Hochelfin. Genau, und da wurde sie zwar noch zu einem Banshee, aber jetzt ist sie auf einmal ein verfluchter Bogenschütze. Ja, das stimmt ja nicht. Sie ist voll scheiße. Ich finde, dass das Spiel scheiße, ne? Ja. Schlechteste Strategiespiel der Welt. Bei Arthas, oh mein Gott. Ja, ähm, ich schaff das nicht, weil... K2-Satz steht nur noch aus. Was ist es diesmal? Zwei Leuten? Zwei. Ich kann gar nichts sehen. Für den Lichtkönig. Eure Pein wird ohnegleichen sein. Meine Gaben gehören euch. Da, die Kaserne, machst du schon kaputt. Boah, was? Was ist das? Er teleportiert sich da hin. Ein Held. Pff. Er hat erstmal Massenteleportation gemacht. Unsere Brüder brauchen Hilfe. Ach, nee. Ja, also das ist ja alles sehr merkwürdig. So, Arthas wurde zuletzt angegriffen, dann gehe ich jetzt mit dem weiter. Wenigstens hast du 40.000 Gold und Holz. Überall. Wenigstens sind überall andere Einheiten. Das ist... Okay, achso. Also das ist ja alles sehr kompliziert. Und überall hat man diese... Dinger hier, Schämen. Die man irgendwie gar nicht braucht. Da, schon wieder getrüftet sich. Ja, aber diesmal kann er das ruhig machen. Ja, pass. Lass einfach stehen. Ja, das war eben auch bei Arthas nicht geklappt. Hier, weil die mich nicht angeht. Arthas, ihr tragt eures Vaters Krone, als hättet ihr sie euch verdient. Mich könnt ihr töten. Doch meine Brüder werden euch immer zu jagen. Zu glauben, dass einer von euch die erste Säuberung überlebte. Einerlei. Ab morgen existiert euer selbstgefälliger kleiner Orden nicht mehr. Okay, die müssen jetzt also auch alle töten, die Paladine. Aber das ist ja auch Einerlei. Ja. Die sind so scheiße, weil die sich einfach immer unsiegbar machen, ey. Scheiß Paladine, ey. Und er heilt die ganze Zeit diesen scheiß Ritter. Aber es geht schon heftig los hier. Aber die letzte Kampagne hat es auch in sich. Aber sowas von. Aktivier mal die beste Fähigkeit von ihr. Nicht, da bin ich noch nicht. Ich bin noch gar nicht so weit mit Sylvanas überhaupt irgendwas zu machen. Ich hab mir die noch nicht mehr angeguckt. Ich weiß gar nicht, was die kann. Und werde hier nur abgelenkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Städtchen. Jetzt kann ich hier schon weg, oder was? 9? Warum denn 9? Was steht da an 9? Was sind nur 8? Tja. Ach, das Graue zählt auch noch. Super. So. Das ist Sylvanas. Die kann schwarz ab Pfeil. Erklär mal, was das ist. Äh, wenn sie dann mit Einheiten tötet, kommen die wieder. Das reicht, oder? Echt, wie die kommen wieder? Ja, zeitlich begrenzt kommen wir dann so... Ich weiß nicht, ich lese doch durch. Ich weiß nicht, ob die das dann auch sind, oder ob das irgendwelche anderen Wesen sind. Das sind natürlich andere Wesen. Sie verwandeln sich in Skelette. Ja, irgendwie sowas. Wie immer bei den Untoten verwandelt sich alles in Skelette. Ja. Und ich hab hier auch noch ein Buch der Toten. Sehr interessant. Sie ist allerdings nur auf Stufe 2. Ja, sie ist ja auch noch nicht so lange dabei. Ja, sie ist sozusagen die neue Totenheldin hier. Nicht nur so zu sagen. Und da ist er auch glatt aufgestiegen. Da macht die Fässer kaputt. Aber nicht mit Nahkampfeinheiten. Stille. Ja, Töte die Menschen. Lasst die Lichter entkommen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Unsere Brüder brauchen sie das mal. Für den Lichtkönig. Dem keine Distanz, Leute. Das ist ein bisschen... Ja. Denn Sylvanas hat nur Distanz. Ey, es ist einfach mega schwer. Und kostet den Zorn des Heiligen Lichts. Wenn man sich alles auf... Auf alles gleichzeitig können zuzuhören. Wenn man dort oben, äh... Bei... Wenn kein Tod hat. Dann sagen die mir das nicht. Haben sie. Ey. Das schaffe ich nicht mehr. Ja, also das... Ich würde mich schon gleich... Kann ich mich eigentlich gleich umbringen lassen. Und Schwierigkeit verringern, würde. Das ist unschaffbar. Unsere Brüder brauchen Hilfe. Deine Mutter braucht Hilfe. Für eklige Sounds. Ja, einfach... Ey, die müssen mal hier hin. Dann heilen die sich mehr, oder? Mhm. Das stimmt. Hier schon. Da kommen sie nämlich schon. Tötet die Menschen. Lasst die Lichtern kommen. Seid keine Gnar. Ich kann auch nicht reden, damit ich nicht noch schlechter bin. Also Johannesburg muss jetzt die ganze Zeit reden. Dann muss ich das wohl übernehmen. Ich trinke aber eben einen Schluck. Das ist einfach zu hot hier. So. Ich weiß auch gar nicht... Also das Level kannte ich jetzt noch, weil es das erste ist. Mhm. Aber was jetzt so als nächstes folgt... Da bin ich mir nicht ganz sicher. Damals muss ich das jetzt nochmal versuchen. Da kommt schon wieder ein Paladin, oder? Ja, ich verstehe das auch nicht. Wie viele Paladine muss man denn hier töten, ey? Für jedes City einen, bestimmt. Also nur ein Stück. Ne, die drei Altäre zerstören. Das ist das Graue in der Mitte, oder? Ich hab keine Ahnung. Das ist ja schon halb tot hier. Ja, aber die machen gerade wieder eine Einheit. Und es kommt kein Paladin. Da oben stehen Pferde. Die müssen sterben. Die Pferde müssen sterben. Ja. Unvollzüglich. Unsere Brüder brauchen Hilfe. Wo denn? Ach. Oh nein. Ist klar, dass sie Hilfe brauchen. Yay. Jetzt geh ich hier wieder weg, wenn ich das schon geschafft hab. Die Schatten lockten so. Wo ist das? Wie die immer miteinander reden. Unsere Brüder brauchen Hilfe. Ha, die Skelette. Sehr gut. Jetzt ist der Paladin da. Ja, egal. Die Schemen kannst du ja mal ein bisschen durch die Gegend schicken. Ja. McNuggets. Ja, und dann? Weißt du, was so abgeht? Nee, aber dann weißt du, wann die kommen. Von vorher. Weißt du, du stellst dir einfach da hin. Das ist mir zu viel Arbeit. Ja. Dummkopf. Lieber Dummkopf als Dummbein. So, das hab ich jetzt ja. Dann gehen wir mal hier hin, oder? Nee. Da kommt man gar nicht hin. Jetzt kann ich wirklich lang was. Überall. Hätte ich mal Schemen hingeschickt, dann wüsste ich das. Hm. Das ist schon besser. Ach, das kann wenigstens wieder heilen. Das ist immer so schön. Hättest du auch diese Geräusche hier an das Boot? Nee. Ich weiß nicht's. Ah, endlich. Jetzt müssten sie eigentlich wieder kommen, in der Falle. Wem? Nee, du musst da mal drauf achten. Ja, ich versuch die ganze auf die Karte zu steigen. Ja. Die Menschen nähern sich dem Pass. Haltet sie auf. Ich hab auch grad was gesehen. Hoffentlich taugt das was. Was ist das? Ähm, dass, glaub ich, alle Helden Goblinlandminen haben. Was ist das diesmal? Stoppt sie, bevor sie den Pass erreichen. Und ich die da auch mal vor dem Kreis legen kann, wenn ich irgendwann mal Zeit hab. Es ist ja, sind bis jetzt zwei durchgekommen. Und wie viel dürfen? Zehn. Glaub ich. Hm. Ob das schon zu spät ist? Ich weiß es nicht. Frostmourne hat Hunger. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Was ist er denn? Fertig. Dummes Arschloch. Ist das Lord Garitos himself, oder was? Gleich mach ich tote beleben. Es wird heilig, Wille. Das ist schon besser. Endlich. Was ist er? Er ist einfach irgendeiner. Du bist mein Held, ey. So, wenn auch einer stirbt, mach ich tote beleben. Mach das mal auf ihn. Ach, ja, stimmt ja. Das ist so ein Lesser. Ja, wo kommt er denn hin? Frostmourne hat Hunger. Stimmt, weil du die eine Kaserne da stehen gelassen hast. Da kommen jetzt immer mehr raus. Sylvanas hat schon wieder ein Läden. Ich glaub, nach dem Level ist sie auch Level 10. Nach dem Level ist sie Level 10. Das ist schon besser. Stufe. Oh. Super. Hä? Da. Ist doch schon wieder Halland? Da muss man auch die Dings nicht hier kaputt machen, weil das dann immer derselbe ist. Das ist schon besser. Töte die Menschen. Und dann werden sie kommen. Und einer steht da rum, aber gar nicht. Hä? Was war das denn? Ja. Tote will die... Mh. Endlich. Ach ja, die Soldaten kommen ja auch nicht. Geil. Endlich. Diese Türme nerven. Ja. Das ist schon besser. Oh Gott. Boah, die zwei Einheiten und zwei Türme, die ich einfach so platt machen könnte, wenn du den Keil nicht würdest. Ja, das kann ich nicht mehr heilen. Könnte ich mich irgendwie noch... An denen heilen. Oh. So lange jetzt nicht die Einheiten alle wieder umfallen. Wie geht das denn? Die sind ja nicht für immer. Guck da. Jetzt habe ich noch zwei. Äh. Alter, wer für Schaden hat das mal. Ich glaube, die Karriere musste gar nicht kaputt machen, nur die Hilfe. Das geht jetzt immer ganz gut hier, ne? Ja, man braucht bestimmt nur eine bestimmte Anzahl von Einheiten. Man braucht nur einen Punkt, aber auch. Hast du jetzt Zeit für Landminen? Ja, du hast jetzt Zeit für Landminen. Nur die Höfe, sagen sie. Sag ich. Ey, bestimmt ist das am Ende immer, dass du an allen gleichzeitig welche durchwollt, also. Ja, natürlich. Ey, wenn ihr das nicht schafft. Jetzt werdet ihr... Ja, schämen. Gut, steht rum. Ach, das ist doch alles scheiße. Was macht ihr denn da? Was muss ich tun? Was muss ich tun? Was muss ich tun? So. Ach so. Da kann man auch immer nur einer hinlegen. Was soll... Was, 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 was... Wo kommen wir denn her? Wie macht es noch, dass es trotzdem kaputt ist? Hihi, ich bin so scheiße. Hihi, ja. Ist das hier alles anstrengend. Und das ist das erste Level, Mann. Wieso produzierst du eigentlich nicht ununterbrochen, Leute? Oh, ich... Ich habe keine Zeit, Mann. Ich habe für nichts Zeit. Hm. Das ist ja noch nie detect jouw, weil... Ich kann... Ich kann mich jetzt mit... Was?